Hallo liebe Facebook-Freunde des DEHOGA Baden-Württemberg. Noch ein paar Stunden und dann ist es soweit. Dann öffnet die INDERGASTRA ihre Pforten und 1200 Aussteller haben neue Ideen, Innovationen, Branchenlösungen für Sie parat. Gestalten Sie mit uns die Zukunft. Kommen Sie zur INDERGASTRA. Vergessen Sie aber nicht bei uns in Halle 7 vorbeizukommen bei ihrem DEHOGA. Und dann, ja, wir haben dieses Jahr eine ganz tolle Geschichte parallel zur INDERGASTRA laufen, nämlich die ICA, die Olympiade der Köche. Auch dort lohnt sich vorbeizuschauen, zu sehen, was 70 Teams aus 32 Nationen, 2000 Köchinnen und Köche hier machen, wie sie gegeneinander fighten, um olympisches Gold mit nach Hause zu bringen. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie.